FC Bayern München Mittelfeldstar Serge Naby wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Was das bedeutet gibt es in diesem Video. Der FC Bayern hat diese Nachricht eben bestätigt. Serge Naby wurde positiv betestet. Ihm geht es soweit gut. Er befindet sich in holzlicher Quarantäne. Das heißt natürlich, dass er für das Spiel gegen PSG, wahrscheinlich für beide Spiele gegen PSG und auch wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Ligaspiele, vor allem jetzt gegen Union nächste Woche, ausfallen wird, weil er halt eben, wie gesagt, am Coronavirus erkrankt ist und deswegen nicht mitspielen darf. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Was bedeutet das für den FC Bayern? Man kann jetzt wahrscheinlich mit einer fast sicheren, hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit die Startaufstellung für das Spiel gegen Paris Saint-Germain hervorsagen. Da wird wahrscheinlich dann Gnabry, der noch vorher als Kandidat für den Sturm, für die Position des Stürmers auf dem Platz stand, der wird dann natürlich damit rausfallen. Der wird nicht im Sturm spielen, da wird Schuppo Moutinho spielen. Und auch auf außen hat Bayern vielleicht sogar jetzt ein bisschen Probleme. Douglas Costa fällt verletzungsbedingt aus und Serge Gnabry jetzt krankheitsbedingt. Das heißt, auf außen ist nur noch Leroy Sané oder sind nur noch Leroy Sané und Kingsley Coman vorhanden. Nur noch mit denen kann man spielen, ist natürlich für Auswechslung ein bisschen dünn besetzt. Muss man jetzt hoffen, dass die beiden fit bleiben und natürlich auch gut spielen in diesen zwei bis drei Wochen, die jetzt auf jeden Fall Serge Gnabry wahrscheinlich dann noch fehlen wird. Und natürlich jetzt ein bisschen blöd für den FC Bayern, dass sie da jetzt irgendwie rote Kartenpech in der Liga hatten. Ging jetzt natürlich gut gegen Leipzig. Verletzungspech mit Lewandowski und Serge Gnabry. Zwei nicht absolute Startelfspieler. Gnabry ja einer, der auch viel rotiert mit den anderen beiden Flügelspielern. Aber schon zwei sehr wichtige, gute Spieler, die jetzt ausfallen. Ich hoffe natürlich, dass er sich schnell und gut erholen kann. Er ist ein Fußballer, deswegen sollte es ja eigentlich bei ihm recht gut klappen. Gibt natürlich auch immer wieder Fälle von Sportlern, die sich nicht gut von Corona erholen konnten. Ich schätze mal, sobald der FC Bayern jetzt auch schon gesagt hat, dass es Gnabry gut geht, hoffen wir natürlich, dass es ihm auch wieder in den nächsten Wochen, in der weiteren Zeit gut geht und er einen schwachen Verlauf von Corona und eine schnelle Genesung. Alles Gute, Gute, Besten. Und an dieser Stelle natürlich das war es von mir und ciao. Ciao.